Wir sind Lieferant für Hotellerie, Gastronomie, Szene, Event, Erlebnis, Gastronomie, aber auch noch für den E-Biz-Betrieb. Wir sind seit dem Jahr 2012 Mitglied im Servicebund und sind da ganz stolz drauf, dass wir da Mitglied werden konnten, um da weiter unser Geschäftsfeld zu tätigen und zu erweitern. Ja, wir sind ja in der Region bekannt, wir sind hier groß geworden. Wir beliefern bis Köln, Darmstadt. Trotzdem haben wir unsere Wurzeln. Wir möchten auch mittelständisch bleiben. Unsere Stärke ist eben, dass der Kunde alles in einer Lieferung aus einer Hand bekommt. Frische, tief, kühl und trocken in einer Lieferung aus einer Hand mit einem Lieferschein, mit einer Rechnung. Ja, wir sind mit der Volksbank Dorsten immer sehr gut zurechtgekommen. Wir sind da sehr zufrieden. Wir haben nur diese eine Hausbank, vielleicht auch ein Norum. Wir haben auch nie die Notwendigkeit gesehen, nach rechts und links zu schauen. Wir fühlten uns immer sehr gut betreut. Auch die Privatkonten, sag ich mal, sind auch alle bei der Volksbank und wir arbeiten also familienintern fast alle nur mit einer Bank zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017